Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, das zugrunde geht. Und besser wäre es, dass nichts entsteht. So ist denn alles, was ihre Sünden, Zerstörung, kurz das Böse, nennt, mein eigentliches Element. Das Omen. Das Omen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020